Arsenal, Dortmund, Mkhitaryan. Ich gehe mit Ilkay und der deutschen Nationalmannschaft. Arsenal, Bayern, Serge. Arsenal, Barcelona, Song. Barca, Europameisterschaft. Ich nehme mal Petro. Dortmund, Nationalmannschaft. Ich nehme mal Niki Süle. Damit kann ich ja gewinnen. Bayern, Europameister. Xabi Alonso, oder? Bayern, Deutschland. Ach, ich bin so. Gehen wir mal auf Manuel Neuer. Oh mein Gott. Das ist enttäuscht. Klasse. Gratuliere.